Siehst du die nicht? Hallo und herzlich willkommen zu... Nö. Nur ich seh sie wieder, ist klar. Okay, äh, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Green Hell. Green Buck. Du stehst genau zwischen denen, Alter. Ne, warte, guck mal zu mir. Genau, genau da, genau da. Bisschen nach... Genau rechts neben dir. Ne, bringt gar nichts. Ich mochte ein Screenshot, das kann ich dir später zeigen. Ich versuch's immer abzuschießen, einfach. Ja. Ey, warum dauert das immer so ewig? Warum kann ich den Bogen nicht mehr nehmen? Warte mal. Sinnlos zuhauen? Ne, okay, ich würd grad sagen, ich dachte, das macht auch Damage. So. Ey, ja, ich hab zwar... Ich kann den Bogen nicht mehr nutzen, irgendwie. Ja, ich kann den Bogen nicht mehr nutzen. Wow. Obwohl der noch... Viertel voll ist. Oh, ich hab gar keinen mehr. Hä? Ja. Kleine Bugs sind hier immer noch. Und... Ich weiß nicht, ob ich gleich komplett abnipple, weil der Kopf ist jetzt komplett rot. Wär jetzt egal. Du bist ja hier vorne. Geh nach unten auf jeden Fall. Nicht da oben sterben, ne? Nicht, dass das da durchfällt. Stell dich auch hin, wo ich war, hier. Na, das sind die Typen. Ach so, ja, stimmt. Oh, warte, warte, warte. Sie gehen grad wieder. Wie lang? Ja. Die hauen grad wieder ab. Äh, jetzt laufen sie links lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, jetzt laufen sie wieder zurück. In deinem... Ich sag mal so, wenn sie dich jetzt killen, wäre es ja nicht so schlimm. Du willst ja sterben. Alter. Alter, die Hallos, Alter. Los, bringt mich um. Ist ja lächerlich, ey. Ich will nicht mehr. Das ist wirklich so. Jetzt kommen sie wieder instant her, hier. Da kommen sie. Was? Das sind Hallos? Das sind Hallos. Der hat mich trotzdem gekillt. What? Das sind Hallos. Ich hab die einmal geschlagen, denn haben die sich aufgelöst. Ist ja geil. Aber die können ja einen trotzdem töten. Das hält krass. Oh, es hat mal geklappt. Ich glaub's ja nicht. Ey, was hast du hier? Wie tief? Das ist ein langes Ding. Das ist meine Gurke. Ne? Ich flimmer für abends. Falls ich mich einsam fühle. Ich fühl mich oft einsam. Die Gurke wurde immer größer hier hinten. Ihr habt's gehört. Oh nein, meine Rüstung ist grad despawned. Komplett. Ja, gut. Ach, das hab ich auch gar nicht mehr jetzt, ne? Ne. Ey, sag mal so. Das Spiel ist zwar ganz cool, aber irgendwie so ganz... Meine ganzen Waffen sind auch weg. Alle? Außer das Knochenmesser. Ey, das schwebt bei mir in der Luft. Ja, ich kann's auch grad nachts mit hinziehen und so. Irgendwas packt da. Ach, das ist lächerlich. Meine ganzen Pfeile. Fünf Stück sind da. Wo ist der Restring gerollt? Ja. Hm. Hm, hm, hm. Hier kommt ein Schwein. Das hätt ich jetzt benutzen können. Ich guck jetzt noch mal ganz kurz hier ins Tagebuch. Wegen der Falle. Hier. Das sollten wir hier nochmal irgendwo hinbauen. Oh! Alter! Scheiß Schwein, ey! Ach so, siehst du das Ding einfach? Ich glaub, das ist auch eher für Schweine gedacht. Ja, ja, ich hab das schon vorhin dahinter eins gefangen. Okay, hier ist glaub ich doof zu bauen. Mach doch hier mitten auf dem Weg. Vielleicht nützt das auch was für die Typen. Das stimmt. Holzscheit. Ah, die großen, ne? Warum liegt das Fleisch nicht mehr oben dran? Oh Mann. Das haben wir doch gegrillt vorhin. Das haben wir doch vorhin gegrillt. War das verbraucht? Ne, nein. Doch, die hast du beide genommen, die hier oben drauf waren. Ach so, doch, stimmt. Die haben wir weggenommen. Da kommt der Alkohol schon wieder durch. Na ja, oh. Was ist denn? Na ja, oh. Das Lager, wo er sie aufgelöst. Also ich glaub, mit der Kohle hält das dann wirklich ein bisschen länger. Kohle, Kohle, Kohle. Musst du auch mal die zwei nehmen. Kannst du auch mal wieder ranpacken. Bammstock. Okay, ah, hab ich sogar die. Daraus baue ich jetzt im Bier wieder eine. Das wieder, Mann. Hä? Ne, kleiner Stock nicht. Ne. Alter Schwede. Wieso kann ich keine Axt bauen? War doch mit kleiner Stein. Zwei kleine Steine. Ja, aber der zeigt schon bei einem kleinen Stein nichts mehr an. Ah, wahrscheinlich wegen zwei Seile, wa? Ne. Oh, wegen Bambus geht das nicht? Siehst du das gleich aus dem Bambus? Nein, kann man nicht. Kann ich nur ein langes Stück? Kann man nicht. Ne, ich wollte einen Bogen rausbauen. Das geht doch bestimmt. Hast du da einen Bambus? Ne. Hör auf zu hauen, WTF. Er war aggressiv. Ja, aber wie? Ja, haut, haut, haut. Ich hab losgelassen. Er hört kurz auf mit hauen. Auf einmal haut er wieder weiter. Ich sehe gerade anscheinend, umso öfter wir das herstellen, die Achsen, umso länger ist die Haltbarkeit. Weil der Balken wird jetzt immer höher. Ja, 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 das stimmt. Das ist geil. Wenigstens etwas. Ja, ist so. Also wird das Kochen doch nicht mehr so scheiße. Bitte lass mich eine Bambus-Dings machen können. Ja! Kann ich da nur ein Visier ranbauen? Irgendwas kann man da noch ranknallen, ne? Am Bambusbogen. Huh. Federn. Oh. Hä? Eins, zwei, drei, nee, zwei. Irgendwas fehlt noch. Okay. Irgendeine Zutat fehlt noch. Ich brauche noch einen Holzscheit. Oh, wir haben schon wieder Fleisch. Och, wie geil. Die Fallen bringen richtig was. Ich nehme schon wieder hier hinten aus. Schon wieder drei Fleisch. Hast du einen kleinen Sticker zufällig? Liegt da, glaube ich, sogar in der Nähe. Ah. Stock. Nein. Alter, es wird dunkel schon wieder. Was war das denn? Unbekannte Fucht. Verdorben. Okay, ich glaube, das ist ein Stickbaum und ein langer Stick. Scheiße, ja. Den werde ich nicht fällen. Okay, kleiner Stick gehört echt dazu. Jetzt noch gucken, wie ihn er federn. Okay, ne, federn wieder nicht. Das ist wieder was anderes. So. Vielleicht noch ein zweiter kleiner Stick. Oder einen zweiten Stick. Das kotzt mich auch mit den Sticks, Alter. Und das Lagerfeuer werden wir hier nicht mehr anmachen. Wenn, dann nehmen wir, suchen wir uns ein... Langer Stock. Oh nein. Wo habe ich den jetzt hier hingepackt? Da. Alter, die Sticks regt so auf. Sammeln. Oh, den Stock kann man sammeln auch. Ach, den kriegt man ein kleines Stück auch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, das geht nicht. Ich habe immer mal so hier so einen Palmenwegel, wusste ja. Ich habe keine Seile mehr. Den schlechten. Unbekannte Blumen nehmen? Ja. Hä? Vierzacke... Ach, das ist ein vierzacker Bambussbär mit dem kleinen Stock. Stimmt ja. Ne, muss ich das mit den Federn machen? So. So. Ja, ich weiß auch schon, wo wir unser Lagerfeuer dann aufbauen, falls wir es überhaupt noch brauchen. Uh, was ist denn der jetzt? So, hier nicht durchlaufen, am besten. Ich glaube, das könnte sogar für uns tödlich enden. Der sieht schon geil aus, sein Baum, oder? Oh, ist der lang. Alter, ist der lang. Wenn du den, wenn du den jetzt so gesehen längs hältst, der ist, der ist, ich würde schon fast sagen, der ist so groß wie du. Oder so lang halt wie ich auch. Wie sieht es aus mit Essen? Noch ist gut. Noch ist gut? Äh, noch ist gut? Warte, warte. Ja. Ja. Alter, diese komische Käfigfalle bringt überhaupt nichts. Ja, das dauert wahrscheinlich. Aber wir müssen es halt noch weiter weg vom Camp machen. Oh, krass. Ich brauche noch mehr Stöcker. Oh. Ultra-Super-Power-Lag war da gerade. Oh, schon wieder ein Vieh drin. Diese lange Frucht, die ich habe, ne? Die hat gar keine Abklingzeit. Oh. Ist nicht gerade. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die immer noch grüner ist, halt. Ey, ich habe schon wieder hier Fressen, ne? Wieso das denn eigentlich? Wieder was gefunden? Ja. Schon wieder drei unbekannte Blume. Essen oder zerstören? Oh, ne, die esse ich jetzt nicht. Ah, die gammelt jetzt. Na ja. Na ja, ist schon wieder ein Vieh in eine Falle gelaufen da hinten. Okay. Das ist ein Traum. Oh, da hinten ist noch eine Kokosnuss. Ja, damit. Hey, ja, ja, ja. Burrito, Burrito. Ah, ne. Burrito, Burrito. Burrito. Das Lagerfeuer. Ist mir hoch an der Stelle, wenn man hinten runter geht vielleicht. Ne, ich weiß schon wo. Komm mit. Äh. Was doch. Ja, gleich. Ich gucke hier hinten gerade nur. Jo. Was hier noch ist. Alter, ich muss ja auch. Ja, gut. Ich komme auch mal kurz runter. Ich muss ins Wasser. Ich weiß nicht, ob man hier eine Infektion sonst bekommt. Weil ich bin matschig. Ich gehe mal lieber in schmutzige Wasser, damit ich wieder sauber werde. Schmutzig. Benutzt. Naja, gut. Das ist jetzt hier nicht unbedingt tief. Ich habe einen toten Papagei von. Jetzt brauchen wir sie mehr. Scheiße, ey. Wir haben hier kein Wasser in der Nähe. Hat der viele Federn gebracht. Ich habe jetzt 20 Federn. Wie viele habe ich dann? 15. Alter. Wie viele habe ich? Fünf. Dann baue ich mir noch einen. Ey, wenn du ein Matsch-Symbol hast, musst du dich waschen. Sonst wirst du wieder krank, ne? Ey, Fieber. Oh, schön. Geht so. Geht so. Und hier ist nirgendwo tief genug heres Wasser. Was kann man denn? Man könnte noch zwei Dinge ran bauen. Ah. Jetzt fehlt wieder ein Gegenstand. Oh, was ist das? Großer Stein, Alter. Wie spät haben wir es denn? 8.17 Uhr. Ich bin dreckig. Ich laufe durch den Fluss. Er wird nicht sauber. Äh. Okay. Man kann wohl doch nur fünf Pfeile übereinander stapeln. Lehm nehmen waschen. Ah, so. Ach, mit der Weidert, ne? Waschen. Ja. Lehm nehmen geht hier auch. Oh. Dann können wir nachher noch richtig geile Häuser bauen. Alter, man kommt hier auch nirgendwo hoch vernünftig, ey. Ah, da hinten bist du. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, jetzt gefährlich, weil wir zu weit weggehen. Aber. Also, wir bleiben erstmal hier. Wir werden das Lagerfeuer auf jeden Fall ganz woanders hinbauen. Ich würde sagen, dass die wirklich angelockt wurden wegen dem Lagerfeuer. Jetzt halt die Frage, ob die Viecher sich das auch, sag ich mal, speichern, dass die auch wissen, wo wir sind. Das wäre hart. Das wäre dollar hart. Ausrasten würde ich da. Da wäre ich richtig weg. Ne? Da wäre ich zum Werbeier. Hier oben ist eigentlich auch eine ganz schicke Stelle, muss ich sagen. Hier ist auch schön platt zum Bauen. Hier könnte man eigentlich unser Haus bauen. Jaja, wir bleiben nicht für immer hier, aber erstmal halt. Ja, schon wieder ein Gürteltier ist bei uns hier vorne in die Falle gelaufen. Alter, ihr braucht wirklich nur drei, vier solche Fallen und dann ist gut. Dann seid ihr safe mit Essen. Und mit Trinken halt so ein Wasserding. Gott sei Dank. Gürteltier-Panzer? Ach, jetzt gibt's ihn aus. Ja, ich bin aus. Ja, ich bin aus. Ja, ich bin aus. Ich bin aus. Ja. Da bin aus. Sammeln, ich kann Knochen sammeln Was krieg ich mal denn da? Knochennadel, ach so Ah, die braucht man bestimmt für diese Infektionskacke Ich bin schon wieder Matschig, WTF Du bist doch geschmutzt, mein Junge Nicht weinen Oh, schon wieder ein Papagei Alter Schwede Okay, waschen können wir uns scheinbar auch hier in dem Dreckigsten Wasser, was hinter unserem Haus ist Das ist also egal Hat doch nicht so viel Federn, ich hab jetzt nur 14 Ich dachte, jeder Stapel zählt für 10, aber auch nicht, das ist das Komplette, was man Im Moment hat Wollen wir das Feuer noch Umsteinen? Steiner Also Steinring ringsrum machen Ich weiß gar nicht, wo du bist Da, wo du vorhin übers Wasser laufen bist Wo ich gesagt hab, da ist doch der Junge Ja Ach, da willst du bauen jetzt, ja? Äh, ne Hä? Da war, ein Fluss weiter runter wäre nicht schlecht Da ist so eine kleine, ähm, Ebene War eine richtig schicke Die wäre ganz cool eigentlich dafür Die kann ich dir gleich zeigen Wo wir im Endeffekt bauen, ist mir egal Äh, also das Lagerfeuer Erstmal nur das Lagerfeuer Wir sind ja hier momentan, finde ich persönlich Ziemlich sicher Eben halt nur das Lagerfeuer Und so muss weg Hier ist auch schon wieder ein Vieh Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Fleisch Ja, dann lass es erstmal So, ich bin hier unten bei den Fässern Ich komme auch zu dir Ich sehe dich immer nicht Ach, du bist gar nicht mehr hier Bei unserem Doch, doch, doch Ich komme gleich wieder Hä? Steine? Äh, verblütze Hm So nochmal herstellen Das hier Eins Zwei Nicht? WTF? Hä? Ich muss mich ausruhen Okay Ich kann dir Kokosnuss in die Kokosnuss packen Zum Rauschöpfen Aber es funktioniert nicht Wir sollten mal im Spiel auf die Uhrzeit achten, ne? Weil ich schlafe jetzt momentan eigentlich nur noch Ich habe mich auch mal kurz hingelegt Ja? Oh Geht dadurch schneller 13 So, ja gut, jetzt So, soll ich mal die Stelle zeigen? Achso, wir müssen ja Blutegel 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 WTF? Guck, hast du unten noch eine Lupe über deinen Plus? Ne, 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 ne Gut, du hast gerade drei Stück, die habe ich alle ausgeliehen Oh, lecker, komm mal mit Guck mal hier schon wieder Oh, ist das geil Krass, ey Warte mal, warte mal bitte Lass mal kurz nochmal ein, zwei Dinger bauen Trockengestelle Ja Bambus hier Ich würde sagen, hier nur noch eins Das andere bauen, würde ich sagen, du brauchst andere Lager vorhin bauen Das hätte ich auch so gedacht, ne? Langer Bambus Ach ja, stimmt, ja Hier liegen noch zwei Drei Drei Er hat es einfach hingeschmissen Bambusstock Siehst, wie können wir denn aus dem Bambusstock auch so eine Bambusachse bauen? Keine Ahnung Ahnung Ach, statt die Stücke Nie Blähd 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 Das probier ich gleich mal aus Hallo? So Zack, 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 zack Was machst du denn das genau? 14 noch? Ach so Ach so, war es gerade weg? Hab ich gerade gewundert Ach verdammt Das soll er da nicht aufheben Bambusstock Bambusstock Tatsache, es lagert er so Zwei Noch ein und dann Ah, hast du noch ein Seil Ja, schmeiß ich dir hin Liegt vor mir Ach so, ja gut Oh, ich habe hier noch zwei Fleisch Kann ich gleich dran hängen Ja, keine Ahnung Irgendwas fehlt hier noch Oh, China Noch ein Bambusstock Gut, dann nochmal Vielen Dank fürs Zuschauen Abonniert mich Gebt einen Daumen nach oben Und schreibt in den Kommentaren Wie euch das Video gefallen hat Tschüss Tschüss